Mein Name ist Andreas Klamm. Willkommen im neuen Jahr 2021. Ich hoffe, Sie sind gut und sicher angekommen. Für das neue Jahr 2021 wünsche ich Ihnen vor allem Frieden, Liebe, Hoffnung, Mut, Zuversicht und Gesundheit. Ich hoffe, dass das Jahr 2021 ein Jahr für die Menschen, für die Tiere, für soziale Sicherheit, für soziale Gerechtigkeit, für Frieden und Verständigung, für das Soziale und für Solidarität wird. Ich lade Sie herzlich zu Telefonsprechstunden ein, zu Gesprächen. Telefon 0621 58 67 8054.